In diesem Video zeige ich dir, wie man seinen Aktivitätsstatus auf Instagram ausschalten kann. Das geht ganz leicht, dafür gehst du erst einmal auf die drei Striche hier oben, dann auf Einstellungen, dann auf Privatsphäre und ganz zum Schluss noch auf Aktivitätsstatus. Hier siehst du die Option Aktivitätsstatus anzeigen. Falls diese an ist, schaltest du sie aus und falls sie bereits ausgeschaltet ist, lässt du sie einfach aus. Nun ist der Aktivitätsstatus aus und Leute sehen nicht mehr, wann genau du aktiv bist.